weiter geht's wir machen uns jetzt auf dem weg ins labor jetzt gucke ich erst mal kurz auf meinen schlauen zettel hätte ich vielleicht auch in der pause machen können ja anwesend das habe ich erledigt und das um werde ich der rest müsste theoretisch jetzt alles kommen problem ist wenn wir jetzt im labor irgendwas übersehen kommen wir da nicht wieder rein und dann müsste dann noch mal spielen und das will ich ein bisschen vermeiden tatsächlich weil mit den schlüsselkarten hat sich tatsächlich nicht gut das wird da wieder explodiert da ist war ich nicht mal munition eigentlich na gut aber wir kommen ja wieder raus und dann haben wir schon die gasmaske das ist praktisch da ja sorry figured you needed a hand wanted to give you something was for for giving me the chance to help a friend wait what where are you going want to we to to if we 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 to we we to we we to oh so Gut, so geht es natürlich auch. So, irgendwo sollte ich doch hier auch... Nice. Ich hasse diese Läufer, ey. Irgendwo sollte doch hier auch was sein. Nein, nein. Ja, das kommt noch. Nein. Cliff, wo bist du? Ich bin in den Läufen und werde ich finden, was sie arbeiten, um dich zu retten. Du wirst das nicht ohne mich herausfinden können. Sag mir alles, was du siehst. So, ich bin mir nicht sicher. Meine Notizen hätte ich vielleicht ein bisschen ausführlicher machen sollen. Scheiße. Es gibt kein Heilmittel. Hier mit der Waffe soll man auch irgendwie ein Achievement kriegen. Mit Fernschüssen. Da können wir momentan nicht reden. Aber was sind Fernschüsse? Was zählt als Fernschuss? Es sieht aus wie Gas hier. Das ist eine Dead End. Wie ist es so? Das ist nicht sicher, was ein Teil ist. Das ist aber nicht, was das ist. Du skommst dich nicht. Wir gehen ja hin, was du nicht tun. Wir gehen nicht mehr. Aber wir gehen nicht mehr. Wir gehen die nächste umher Gast und wir gehen. Wir gehen nicht weiter. Wir gehen, um sich zu sagen. Wer gehen. Alter, was? Also entweder können wir gerade nicht zielen oder die Entfernung war zu doll. Äh, warum jetzt diese Musik? Oh! Wie da hast du mich? Kalt erwischt, von mir. Das ist ein totes Ende! Tolle Wurst. Das wird auf jeden Fall nicht... Was? Wie konnte ich denn jetzt daneben schießen, bitte? Das wird auf jeden Fall nicht meine Lieblingswaffe, das Ding, ey. Ja! 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 Freu dich nicht so früh, ey. Wie konnte ich dich denn jetzt nicht treffen, ey? Ganz ehrlich. So, okay. Ach, noch so einer. Na, klasse. Ich hoffe, wenn ich jetzt hochgehe, ist ja irgendwo noch Munition oder so. Hä? So, selber festlegen. Hallo? Na, wo die Gassmaske? Na, wo die Gassmaske? Na, wo die Gassmaske? Na, da gehen wir erstmal wieder raus hier. Ja, danke, dass du mir die Kamera aufgemacht hast. War hier irgendwas? War hier irgendwas? Hm. Gut, gehen wir erstmal wieder raus. Interessant, dass ich eben hier noch ein Zombie gehört habe. Hier wird raus hier rein. So, jetzt können wir nämlich auch hier durch. Und hier soll ich wohl auch schon etwas übersehen haben. Ganz ehrlich, so ein großer Tunnel, man sieht ja, dass hier nur ein Auto-Platz hat quasi. Wie soll denn das gut gehen? Da war auch keine Ampel oder sowas zu sehen. So, hier. Wie konnte ich denn das übersehen? Mhm, das ist also ein Quarantänerraum gewesen, okay. Und jetzt kommen wir ja zur Marina schon wieder, ja? Mal gucken, ob die jetzt heil ist. Komischerweise ist dieser Container auch da. Also das passt schon mal. Bewegt sich die Insel? Nö. Es ist alles heile. Okay. Ich will da nur kurz den Bunker da noch abfrüchten. Ach. Das ist ja interessant. Hier ist alles heile, aber die Brücke ist weiterhin kaputt. Crazy shit. Schade. Da würde ich mir jetzt trotzdem noch gern, ähm, kurz den Medizin-Koffer aus dem anderen, ähm, giftigen Bereich wohnen. Das ist aber schnell nachgewachsen. Gesehen davon, dass ich den Sinn dahinter nicht verstehe, warum das hier einfach einmal in der Hände ist. Aber na gut. So. Damit haben wir heute schon mal zwei Achievements wieder abgefrühstückt. Ich freue mich richtig, ey. Okay. Das ist immer etwas bitter, ja. Okay. Was? Oh, okay. Oh. Oh, okay. So, gleich sind wir schon da Und dann geht's wieder ins Labeur Munition ist immer gern gesehen Gut, dann war's das auch wieder quasi für diese Folge Dann sag ich wieder mal spitze Bedanke mich Bis denn